Das hätte ich wirklich nie gedacht, dass Barcelona ein Nachtleben wie New York hat und eine Fächensehne wie Paris. Also wenn du vorhast, einen Wochenendtrip nach Barcelona zu unternehmen, um zu shoppen oder eine Nacht zu verleben, die du nie vergisst, dann kann ich es dir wärmstens empfehlen. Was wir in Barcelona alles erlebt haben und was die ganzen Tipps und Tricks und die ganzen Bilder sind, findest du wie immer unterhalb vom Video. Was mich aber brennend interessieren würde, ist, was habt ihr schon mal alles erlebt bei Kurztrips, Wochenendtrips? Lass es Prag, Berlin, New York oder Paris gewesen sein. Was sind da eure Tipps und Tricks? Was waren eure Highlights? Was habt ihr da erlebt? Ich freue mich auf eure Feedback und wünsche euch viel Spaß mit dem Wochenendtrip nach Barcelona. Und vergesst nicht zu kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.